Bei landesweiten Razzien sind in der Türkei 147 Personen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat festgenommen worden. Spezialkräfte der Polizei stürmten zeitgleich Wohnungen in 30 Provinzen. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, sich an bewaffneten Aktionen des sogenannten Islamischen Staates beteiligt und die Terrorgruppe finanziell unterstützt zu haben. Hintergrund der konstatierten Aktion der Polizei könnte sein, dass in der Türkei am Sonntag Kommunalwahlen stattfinden. Auch ist der IS nach dem Anschlag in Moskau wieder stärker in den Fokus der Behörden geraten. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Musik 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 Musik